Der Squad-Pate sagt, du sollst sprechen. Dankeschön, Squad-Pate. Ich komme heute demütig zu dir, um dich um einen Gefallen zu bitten. Ich weiß über deine Differenzen mit den Gesteinstypen Bescheid. Aber unsere Gemeinschaft, ist es langsam leid, dass die Gesteinstypen auf uns herumtrampeln, wie sie wollen. Sie zerstören alles und laufen unkontrolliert herum. Also frage ich dich, kannst du dich um sie kümmern, Squad-Pate? Wir beide wissen, dass wir alle davon profitieren könnten. Tuk, 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 Tuk. Der Squad-Pate hat deine Bitte erhört und er fragt, ob du einen Pokédex dabei hast. Oh nein, ich habe keinen Pokédex. Warum? Weil er wissen will, wer zu *** du bist, dass du so eine dumme Frage stellst. Wow, entspannt euch, meine Freunde, entspannt euch. Du, Tuk, 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 Tuk. Der Squad-Pate sagt, dass diese Gemeinschaft eine Struktur unterliegt. Respekt und Gleichgewicht. Eine Schlange wie du darf uns nicht in den Weg kommen. Hast du das jetzt endlich verstanden? Wisst ihr was? Ihr habt recht. Ich hatte kein Recht, so etwas zu fragen. Ich entschuldige mich, Squad-Pate. Der Squad-Pate fühlt sich nicht respektiert. Ich wollte nicht respektlos sein, Squad-Pate. Haltet ihn fest, Leute. Leute, runter damit. Bitte kommt schon. Hey, runter damit. Warte, warte, bitte. Leute, nein, machen wir das nicht. Ey, nein, nein, ich wollte nicht respektlos sein. Ahh! Ahh! Under my knee. Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017